Die Atomic Blonde Premiere. Heute in Berlin. Fantastisch. Habe ich schon gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall sich anzuschauen. Und deswegen alternativ. Wenn ich mal so weit weg von der Premiere gehe ich denn hier Familienessen und so. Na Schatz, wie geht's? Riffchen sind alle. Ab in Klärchens Ballhaus. Da soll es irgendwie Eiswürfel geben. Mit was drum. Ist denn schon wieder Fashion Week? Und wieder zurück. Wie war's? Toll! Mega Action! Wow! Mega! Mensch, was war das für ein Abend? Brach zu mir selbst mit einige Gaben. Sage jetzt ganz leis Hallo. Und das heißt einfach nur Cheerio. Gute. Gute.